Vollständig Covid-19 Geimpfte aus insgesamt 46 Ländern dürfen ab 1. November komplett ohne Quarantäne und ohne Sandbox-Verfahren in Thailand einreisen. Zudem gibt es weitere interessante Neuigkeiten und Details. Mehr dazu in diesem Video. Hallo miteinander, wie geht es euch? Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, ich bin der Georg Tay-Tay und ihr seid auf Mai-Tay24. Wie schon im Vorspann angedeutet, es gibt sehr gute Nachrichten, was die Einreise ohne Quarantäne in Thailand betrifft. Und darüber hinaus sind jetzt auch mehr Details verfügbar, wie die Einreise ohne Quarantäne ab 1. November funktionieren soll. Und zudem gibt es noch weitere interessante Neuigkeiten. Legen wir einfach los, denn es gibt einiges zu besprechen. Der Inhalt dieses Videos. Ganz Thailand, also alle Provinzen in ganz Thailand ohne Quarantäne möglich für 46 Länder. Voraussetzungen für die Einreise ohne Quarantäne am 1. November. Erforderliche Unterlagen, Ablauf in Thailand ab der Ankunft. Sandbox-Verfahren, Updates, die ab dem 1. November gültig sind. Einreise für Ungeimpfte, die Updates, die ab 1. November gültig sind. Weitere Lockerungen der Covid-19-Maßnahmen in Thailand. Also wie gesagt, ab 1. November kann man komplett ohne Quarantäne und ohne Sandbox-Verfahren aus 46 Ländern in ganz Thailand einreisen. Dass es 46 Länder sind übrigens, ist eine sehr gute Nachricht. Denn bis vor kurzem hieß es noch, dass es nur 5 Länder sein sollen, aus denen dies möglich sein soll. Also sind es jetzt schon wesentlich mehr. Schauen wir uns mal die Liste der Länder an. Angefangen mit Deutschland. Und Österreich und Schweiz sind jetzt auch mit dabei. Darüber hinaus gibt es viele weitere Länder, beispielsweise Australien, Bulgarien, Kanada, Chile, China, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Portugal, Slowenien, Spanien, Großbritannien und USA, nur um einige zu nennen. Die nächste Folie. Voraussetzungen für die Einreise ohne Quarantäne ab 1. November. Man muss in einem der zugelassenen 46 Länder für mindestens 21 Tage oder mehr gewesen sein und auf dem Luftweg in Thailand einreisen. Also es muss nicht unbedingt das eigene Heimatland sein. Wenn beispielsweise ein Türke oder Kroate sich 21 Tage oder mehr in Deutschland auffällt, dann sollte diese Einreise ohne Quarantäne in ganz Thailand auch möglich sein. Obwohl die Türkei und Kroatien nicht auf der Liste sind der 46 Länder. Andersrum, wenn ein Deutscher sich innerhalb der 21 Tage vor der Abreise in einem Land auffällt, das nicht auf der Liste ist, beispielsweise in Kroatien, dann kann er nicht an der Einreise ohne Quarantäne für ganz Thailand teilnehmen, aber dafür am Sandbox-Verfahren, womit die Einreise nur in einigen Provinzen in Thailand ohne Quarantäne möglich ist. Für zurückkehrende Thailänder oder ausländische Bewohner Thailands ist diese 21-Tage-Regel nicht notwendig, solange sie von Thailand aus in das zugelassene Land gereist sind. Des Weiteren muss man vollständig gegen Covid-19 geimpft sein, mindestens zwei Wochen vor dem Tag der Abreise nach Thailand, mit einer durch das Thai-Gesundheitsministerium oder der WHO zugelassenen Impfung. Siehe mein Video Thailand ohne Quarantäne, Covid-19-Impfung, Voraussetzungen und Infos. Ich hinterlasse einen Link in der Beschreibung. Darüber hinaus dürfen ungeimpfte Kinder unter 12 Jahren auch ohne Quarantäne in Thailand einreisen, wenn sie mit ihren vollständig geimpften Eltern reisen. So die erforderlichen Unterlagen dafür. Man braucht ein Visum, wenn man länger als 30 Tage in Thailand bleiben will, das wissen die meisten. Ansonsten kann man als Deutscher, Österreicher und Schweizer auch ohne Visum in Thailand einreisen. Zudem braucht man das Einreisezertifikat, das sogenannte Certificate of Entry, COE. Das wird von der Thailändischen Botschaft oder Thailändischen Konsulat ausgestellt. Siehe Website coetailand.mfa.go.th. Wobei das nur noch bis Ende des Monats beantragt werden kann, denn ab 1. November muss anstelle von diesem Einreisezertifikat das sogenannte Thailand Pass über das Thailand Pass System beantragt werden. Da ist auch der Link zu dieser Website, wo man das dann beantragen kann. Sag es gleich, die Website ist noch nicht online, sollte es aber bald sein. Für diejenigen, die ab dem 1. November in Thailand ankommen und noch das Einreisezertifikatsdokument erhalten haben, können die es immer noch verwenden, ohne sich erneut im Thailand Pass System registrieren zu müssen. Mehr zum Thailand Pass in einem späteren Video von mir. Zudem braucht man eine Buchungs- und Zahlungsbestätigung für ein SH Plus Hotel oder AQ Hotel, also Alternative Quarantine Hotel, für den ersten Tag bzw. Nacht in Thailand. Gute Nachrichten gibt es auch bezüglich der Covid-Versicherung. Für die Covid-19-Krankenversicherung ist jetzt nur noch eine Deckungssumme von 50.000 US-Dollar notwendig, also die Hälfte der bisher notwendigen 100.000 US-Dollar. Dadurch sollte die Versicherung auch billiger werden, also man hat weniger Kosten, was ja auch gut ist. Des Weiteren braucht man einen Nachweis über einen negativen Covid-19-Test, der innerhalb 72 Stunden vor der Abreise nach Thailand gemacht worden ist. Das gilt für alle Reisende, auch Kinder unter 12 Jahren. Zudem braucht man Nachweise über die Bezahlung des einen PCR-Covid-19-Tests in Thailand und ein Schnelltest-Set ATK, was man bei der Reise in Thailand mit sich führen soll, falls man Covid-19-Symptome entwickelt. Das sollte bei der Bezahlung der Buchung des Hotels mit inklusive sein. Die sollte man bei der Buchung sicherstellen. Ansonsten braucht man natürlich den Impfnachweis. Siehe mein Video Thailand ohne Quarantäne, Covid-19-Impfung, Voraussetzungen und Info. Ich hinterlasse auch hier einen Link in der Beschreibung. So, viele fragen sich bestimmt, wie läuft denn das Ganze in Thailand ab, ab der Ankunft? Also, nach der Ankunft am Flughafen muss man wie immer die Einreiseformalitäten bei der Immigration erledigen. Zudem muss man die bereits genannten Unterlagen einreichen. Und es gibt einen Gesundheitscheck, bei dem vor allem die Körpertemperatur gemessen wird. Zudem muss man nach der Einreise die Covid-19-Tracking-App Mojana installieren. Dann reist man vom Flughafen zum vorher vereinbarten Covid-19-Testzentrum mit einem dafür zugelassenen Transportservice oder zur gebuchten Unterkunft, also Hotel. Den notwendigen PCR-Test muss man am ersten Tag, also innerhalb der ersten 24 Stunden in Thailand machen. Dann muss man warten auf das Testergebnis, was normalerweise innerhalb vom ersten Tag erhältlich sein sollte. Wenn das Testergebnis negativ ist, dann ist man frei und kann überall in Thailand hinreisen. Falls es positiv ist, dann muss man in Quarantäne für zwei Wochen. Die nächste Folie. Sehr wichtig und interessant zu wissen ist auch noch, dass Reiseziele in einer Reichweite von zwei Stunden Fahrzeit vom Flughafen aus am ersten Tag erlaubt sind. Falls das Reiseziel jedoch mehr als zwei Stunden Fahrzeit weg ist, dann muss man sich ein Hotel beispielsweise in der Stadt, wo der Flughafen liegt, nehmen, an dem man gelandet ist und dort erstmal übernachten und das Ergebnis des Covid-19-Tests abwarten. Ich verdeutliche es mal an einem Beispiel. Wenn man beispielsweise am Sawanapum Flughafen ankommt und man sofort nach Pattaya reisen will, dann ist dies möglich, weil dafür eine Reisezeit von zwei Stunden veranschlagt wird. Aber wenn man nach Hua Hin weiterreisen will, dann ist dies am ersten Tag nicht erlaubt, weil dies weiter weg ist und dafür eine Reisezeit von drei Stunden veranschlagt wird. In diesem Fall muss man sich ein Hotel für den ersten Tag bzw. Nacht in Bangkok nehmen und kann erst am nächsten Tag weiter nach Hua hinreisen, vorausgesetzt das Testergebnis ist negativ. So jetzt zu Neuigkeiten zum Sandbox-Verfahren. Also die Updates dazu, die ab dem 1. November gültig sind. Für vollständig geimpfte internationale Reisende, die aus einem Land in Thailand einreisen, das nicht auf der Liste der 46 zugelassenen Länder ist, gibt es immer noch die Möglichkeit, im Rahmen des Sandbox-Verfahrens in Thailand ohne Quarantäne einzureisen. Aber nur in einigen dafür speziell ausgewiesenen Gebieten Thailands. Für mehr Details sehe auch meine Videos zum Sandbox-Verfahren. Ab 1. November kann man im Rahmen des Sandbox-Verfahrens in Thailand in insgesamt 17 Provinzen ohne Quarantäne einreisen. Dazu gehören unter anderem Bangkok, Krabi, Shonbuli, also Shonbuli, da liegt Pattaya zum Beispiel, Chiang Mai und alle möglichen Inseln im Süden, zum Beispiel Gopangan, Gotao, nur um einige zu nennen. Man muss für das Sandbox-Verfahren immer noch zwei Covid-19-Tests in Thailand machen, am Tag der Ankunft und am Tag 6 oder 7. Der erste Test ist wie bisher ein PCR-Test, aber der zweite Test muss nur noch ein Schnelltest, also ATK sein. Die Deckungssumme der notwendigen Covid-19-Krankenversicherung beträgt ab 1. November auch nur noch 50.000 US-Dollar und nicht mehr 100.000 US-Dollar wie bisher. Ab 1. November ersetzt voraussichtlich auch für das Sandbox-Verfahren der Thailand-Pass das Einreisezertifikat bzw. Certificate of Entry. Ansonsten gelten dieselben Regeln und sind dieselben Unterlagen notwendig wie bisher, also SHA-Plus-Hotel für sieben Tage, Vorausbuchung und Zahlung der Tests etc. Siehe meine vorherigen Videos zum Sandbox-Verfahren. Übrigens muss man, wenn man am Sandbox-Verfahren teilnehmen will, an einem der folgenden internationalen Flughäfen in Thailand ankommen. So Napum-Flughafen, Dongmuang-Flughafen, Chiang Mai-Flughafen, Flughafen in Samui, Utapau und Burilam, aber da geht es nur für gechartete Flüge. Für die Einreise für Ungeimpfte gibt es auch Updates am 1. November. Wie ich schon einmal in einem meiner vorherigen Videos gesagt habe, Ungeimpfte und nicht vollständig Geimpfte aus allen Ländern können in Thailand einreisen und müssen aber 10 Tage in Quarantäne in einem AQ-Hotel. Also Alternative Quarantine Hotel oder auch Alternative State Quarantine Hotel genannt, RSQ. Vor Oktober waren das noch 14 Tage und seit 1. Oktober sind es nur noch 10 Tage. In Sachen Tests muss man einen Test innerhalb 72 Stunden vor der Abreise nach Thailand machen. Und in Sachen Tests in Thailand gibt es eine Änderung. Da sind immer noch zwei Tests notwendig. Erster Test am Tag der Ankunft und das ist ein PCR-Test. Und dann der zweite Test ist am 8. oder 9. Tag und das ist dann ein Schnelltest ATK. Das war davor auch noch ein PCR-Test, aber jetzt reicht ein Schnelltest hier. Bezüglich der Krankenversicherung hat sich das ja auch geändert. Von den bisher gängigen 100.000 US-Dollar ist die Deckungssumme runtergegangen auf 50.000 US-Dollar. So, jetzt kommen wir zu weiteren Lockerungen der Covid-Maßnahmen in Thailand. Sehr positiv ist, dass es zu einer Aufhebung der Ausgangssperre in insgesamt 17 Provinzen ab 31. Oktober kommt. Die Provinzen habe ich hier im Folgenden aufgelistet. Ich lese jetzt nicht alle vor, aber viele wichtige Touri-Orte wie Bangkok, Pattaya, Ruhin, Chiang Mai, Stadt, Koh Samui, Gopangan und so weiter sind mit dabei. Die ganze Liste könnt ihr hier euch anschauen. Einfach auf Pause drücken, kann man sich das in Ruhe anschauen. In Sachen Nachtleben soll das erstmal geschlossen bleiben. Es wird aber den Betreibern von Geschäften im Nachtleben jetzt schon angeraten, dass sie sich auf eine Wiedereröffnung ihrer Geschäfte in der nächsten Phase der Wiedereröffnung Thailands vorbereiten sollen. Zudem ist es noch interessant zu wissen, dass es eine Initiative des thailändischen Tourismus- und Sportminister Pipat Lachakitpagan gibt. Und zwar macht er sich stark dafür, dass in Touri-Orten wie zum Beispiel Pattaya, wo das Nachtleben eine wichtige Rolle spielt, Ausnahmen gemacht werden und man dort eine Wiedereröffnung des Nachtlebens ab 1. November ermöglicht. Des Weiteren soll der Alkoholausschank in der Gastronomie auf Gordau in sogenannten Covid-19 Free Zones, Covid-freien Zonen, wiedererlaubt werden. Es ist davon auszugehen, dass man anderswo in Thailand diesem Beispiel folgen wird. An diesen Covid-19 Free Zones dürfen nur Gaststätten teilnehmen, deren Servicekräfte vollständig geimpft sind und deren Gäste müssen entweder vollständig geimpft sein oder einen Covid-19 Test gemacht haben oder einen Nachweis dafür haben, dass sie Covid-19 Genesene sind und ihre Covid-19 Erkrankung nicht länger als 90 Tage her ist. So, das sieht doch mal ganz gut aus. In jedem Fall viel besser als vor kurzem noch. Vor allem auch, weil die Einreise ohne Quarantäne für Leute aus viel mehr Ländern jetzt möglich sein wird, als ursprünglich angegeben. Und auch, weil die Ausgangssperre in vielen Provinzen jetzt tatsächlich auch aufgehoben wird und zudem die Wiedereröffnung des Nachtlebens jetzt auch durchaus bald möglich ist. Es gibt allerdings noch einige Details, beispielsweise zu dem Thailand-Pass-System, die noch nicht ganz klar sind. Sobald es diesbezüglich mehr Einzelheiten gibt oder sonst weitere Neuigkeiten gibt, werde ich wieder ein Video machen. Falls ihr Fragen habt oder etwas hinzufügen wollt, bitte in die Kommentare schreiben. Wenn das Video für euch informativ war, bitte Daumen hoch klicken. Vielen Dank. Bald werde ich weitere interessante Videos über Thailand auf meinem Mai Tai 24 Kanal haben. Bitte abonniert meinen Kanal, um sicherzustellen, dass ihr diese nicht verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.